Die 54. Die 50. internationalen Hofer-Filmtage sind zu Ende gegangen, aber man kann viele der Filme noch bis zum 1.11. online sehen. Für kleines Geld kann man sich da mehrfach Tickets kaufen und wir zeigen euch heute oder stellen euch ein paar Filme vor, die wir da gesehen haben. Und wir sind in dem Fall, ich bin der Mo, hallo, und am anderen Ende begrüße ich einmal die Yara. Hallo allemal. Und den Matthias. Hallo, ich grüße euch. So, wir haben natürlich nicht den Anspruch, dass wir alles gesehen haben, denn es wurden im Ganzen 125 Beiträge gezeigt, also so roundabout 50 Kurzfilme, 50 Langspielfilme und der Rest waren Dokumentation. Und wir haben auch schon im Tele-Stammtisch einen Podcast dazu gemacht und heute ist das quasi das zweite Special zum Programm der Hofer-Filmtage. Frage vorab an euch beide, habt ihr von den Hofer-Filmtagen vorher schon was gewusst, Matthias? Also es ist ja eines der wichtigen Filmfestivals, aber ich war nie persönlich da, deswegen kam es mir jetzt ganz gelegen, eigentlich das schön aus der Distanz wahrnehmen zu können. Ja, so geht es mir auch, ich habe das auch schon mal gehört, aber war eben auch noch nie da und war jetzt eigentlich ganz froh, da mal dran teilnehmen zu können, tatsächlich. Genau, das Besondere an diesen Hofer-Filmtagen war nämlich, dass das Ganze ein duales System hatte. Alles, was man live im Kino sehen konnte, natürlich auch zum Teil mit Schauspielern, mit Regisseuren, konnte man diesmal auch abrufen und kann man immer noch abrufen, sagte ich ja eingangs schon über so eine On-Demand-Plattform und auch damit unterstützt man das Kino und die Filmemacher und das wird, ja, ich meine, dass, wenn wir eins gelernt haben 2020, dann, dass die Kinos das brauchen, dass die Filmemacher das brauchen und dafür ist das natürlich dann auch eine tolle Sache. Wir steigen gleich ein, wir haben Filme geguckt, wir haben Dokus geguckt und wir haben Kurzfilme geguckt und ich würde sagen, Ladies first, Java, hau raus. Okay, ja, also ich habe zwei Kurzfilme geschaut, die ich gleich mal kurz besprechen möchte. Der eine heißt Accept, ist in Deutschland gedreht, ist 18 Minuten lang und die Regie hat Manuel Clavers gemacht und es geht eigentlich um ein Mädchen. Die Stimmung ist sehr mystisch und sehr dunkel gehalten sind die Bilder und man sieht eigentlich so eine Familiensituation und man merkt, dass das Mädchen irgendwie zu kämpfen hat. Man weiß eigentlich nicht so richtig, womit, bis sich dann relativ schnell auch, wird auch in der Beschreibung ja gesagt, herausstellt, dass der Vater gestorben ist. Aber wie gesagt, es ist alles sehr mystisch und man versucht die ganze Zeit zu verstehen, worum geht es eigentlich? Und es wird zum Schluss auch nicht wirklich aufgelöst, aber man wird so mitgezogen in dem Film durch seine Atmosphäre und es geht auch um Zusammenhalt, um Zusammenhalt in der Familie. Aber eigentlich geht es um den Struggle dieses Mädchens und wie die Familie damit umgeht und dass sie am Ende doch sich selbst akzeptieren und zu sich selbst kommen muss. Ja, ich habe den zufällig auch gesehen. Ach was. 18 Minuten lang von Manuel Clavers oder Clavers und ich fand diesen Effekt sehr schön, den er auf die Augen gelegt hat. Und dieses Mädchen kann, kriegt immer so ein ganz besonderes Glänzen, Entschuldigung, in den Augen und dann sieht sie so mystische Gestalten. Ich bin schon mal happy, dass du den am Ende, ich sage jetzt mal, auch nicht so ganz aufgelöst und verstanden hast, denn so ging es mir auch. Ich fand aber die Stimmung allgemein auch sehr schön, hat mich auch angesprochen. Ich fand das gut. Ja, also wie du sagst, ich fand auch die Effekte gut und da sind natürlich auch so ein paar kleine Messages verborgen, dass die Mutter ist auch krank und alle müssen sich umeinander kümmern. Und gerade jetzt auch in diesen Zeiten von Corona, kann man sagen, hat der Film schon auch in Aktualität gewonnen. Ja, dann mach doch gleich den zweiten. Ja, dann mach ich gleich den zweiten, der heißt Heal Me, ist auch nur neun Minuten lang. Die Regie hat Marie Zenner geführt und es ist auch so ein bisschen Science-Fiction-like, würde ich sagen, spielt in einer deutschen Stadt, zeigt zwei junge Boys, also so jungen sind auch nicht mehr, aber so um die, keine Ahnung, 18, 19, 20. Und es geht um ein mysteriöses Gerät, das irgendwie heilen soll. Und die treffen sich dann mit dem Dealer, weil derjenige, der es gekauft hat, es eigentlich zurückgeben möchte. Ja, und dann diskutieren die in diesem Café, wo sie sich mit dem Dealer getroffen haben. Man versteht nicht so ganz, was dieses Gerät heilen soll, aber der Dealer verkauft ihnen wirklich dieses Gerät als Allheilmittel für alle möglichen Beschwerden, Kopfschmerzen, was weiß ich. Aber ehrlich gesagt, ich habe das nicht verstanden. Am Ende wird es nicht richtig aufgelöst und die gehen dann auch wieder, also ich konnte damit jetzt nicht wirklich richtig was anfangen, muss ich sagen. Es ist auch vielleicht neun Minuten sehr kurz. Ja, es klingt schon ziemlich komplex dafür, dass du nur neun Minuten Zeit hast. Sagst du uns kurz, von wem der Film ist nochmal? Ja, Marie Zrenner, heißt die Dame. Ja, hat eine schon eine Dynamik, muss man schon sagen. Also ich war auch immer ein Bit dabei, bin nicht abgeschweift oder sonst irgendwas. Aber am Ende war ich so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich dachte so, wie, das war jetzt alles? Ja, na gut. Matthias? Ja, ich habe mich ein bisschen für uns durch die Doc-Filme durchgewühlt. Du hattest ja vorhin schon gesagt, es gab auch bei dem Filmfest eine Menge an Doc-Filmen. Ich habe gezählt, 27, glaube ich, waren es. Und ich habe mir davon vier Stück angesehen. Oh, da bin ich gespannt, ob wir da Überschneidungen haben. Ich habe auch ein paar gesehen, mal gucken. Ja, das ist doch gut, dann fangen wir mal mit der Listung an und gehen dann auf einzelne Filme ein. Ich habe zwei österreichische Produktionen geguckt, nämlich Ausgang Offen. Da hat die Regie Laura Andres, Viktoria Halper, Kai Krösche, die, glaube ich, alle aus dem Künstlerkollektiv Darum kommen. Dazu werde ich später noch was sagen. Dann habe ich Caught in the Net geguckt, Volontier und Wood. Ich weiß nicht, ob wir uns da ergänzen oder wir unterschiedlicher Filme gesehen haben. Ich habe nichts davon gesehen. Ja, guck mal, dann... Ich leider auch nicht. Ich habe zwar auch eine Doku gesehen, aber davon nichts. Soll ich einfach mal, soll ich mal mit einer anfangen und eine rausgreifen? Fangen wir mit einer an, genau, und dann wechseln wir hier den, dann geben wir den, wie sagt man immer, den... Staffelstab in die Hand. Genau. Also erstmal vielleicht, was ich spannend fand, alle vier Dokumentationen hatten einige Gemeinsamkeiten. Also A, dass alle mittlerweile aus Regie-Teams bestanden. Das fand ich spannend, das war zufällig. Und es ging halt um soziale Probleme, wie das in Dokumentationen natürlich häufig der Fall ist. Und ich glaube, ein kontroverses Thema, was vielleicht für den Beginn ganz spannend ist, war Caught in the Net, Gefangen im Netz auf Deutsch. Das ist eine tschechische Produktion, Regie haben da Barbora Chalupova und Witt Kluschak. Und Gefangen im Netz zeigt schon ein bisschen, worum es geht. Es geht nämlich darum, wie, in dem Film sind das in der Regel Männer, junge Mädchen im Internet stalken, beziehungsweise anschreiben und dann mit ganz explizit sexuellen Inhalten belästigen oder halt auch zu Treffen einladen. Und genau, also es geht letztlich um Kinderpornografie und um sexuelle Straftäter. Ein sehr krasses Thema. Ich fand die Dokumentation wirklich schwer zu gucken an vielen Stellen. Was spannend zu erzählen ist, es ist ein Experiment. Also die Frage ist ja auch, wie kann man so ein Thema verhandeln? Es werden Schauspielerinnen gecastet, die alle volljährig sind, so um die 20 und die dann halt zwölfjährige Kinder spielen sollen. Und der Film baut dann in einem Filmstudio diese Kinderzimmer nach, auch wirklich mit Kulissen, die die Schauspielerinnen halt in ihrer Kindheit benutzt haben. Und dann legt man halt soziale Medienprofile an und dann geht's los. Und der Film wird begleitet, also sowohl juristisch als auch psychologisch. Man kann sich das vorstellen. Und es ist wirklich wahnsinnig explizites Material, was man da zu sehen kriegt. Und es ist wirklich bedrückend, muss ich ehrlich sagen, dass das so vor Augen geführt zu kriegen. Das habe ich so auch noch nicht gehört. Also ich lese mir das gerade parallel, wo du das sagst, auch tatsächlich durch. Das ist schon ein richtig harter Tobak. Und das ist harter Tobak, genau. Es sind auch hinterher die Unterlagen zu teilen an die Staatsanwaltschaft in Tschechien übergeben worden. Und es sind Gerichtsverfahren eingesetzt worden. Aber es ist auch einfach hart, wie man auf der einen Seite natürlich merkt, es ist ein relativ tabuisiertes Thema. Wir reden gesellschaftlich viel über, wie wichtig anonyme Kommunikation im Internet ist und so. Aber das ist ein Thema, was, finde ich, sehr gering nur verhandelt wird. Und was mich zum Beispiel bedrückt, auch zusätzlich bedrückt hat, war, dass bei diesem Casting natürlich gefragt wurde, ob die Schauspielerinnen das aushalten und auch wirklich machen wollen. Und ein ganz hoher Prozentsatz der Schauspielerinnen hat gesagt, dass sie selber in ihrer Kindheit schon damit konfrontiert wurden und diese Erfahrung gemacht haben. Was einfach auch nochmal zeigt, dass das in Tschechien, aber natürlich, ich glaube, das wäre bei uns nicht so anders, ein absolutes Alltagsereignis ist. Und wo man dann doch wieder sieht, dass ich natürlich in meiner Biografie damit gar nicht konfrontiert werde, sondern dass für mich wirklich ein abstraktes Thema erstmal bleibt. Und es geht dann wirklich, wie gesagt, bis zu den Treffen hin, wo dann die Straftäter quasi ein bisschen auch gestellt werden und halt sich rechtfertigen mit, dass sie ja im Grunde niemanden angefasst hätten und dass das für sie Unterhaltung wäre. Und die Schauspielerinnen zum Teil noch Monate danach wirklich Schlafstörungen haben. Und das ist natürlich, also das ist wahnsinnig krass und es ist wirklich häufig so, das Erste, wenn bei Skype das Gespräch startet, ist das, dass ich einen Mann sehe, der masturbiert mit seinem Gesicht. Der Film hat da eine interessante Machart, er zeigt sehr explizit die Bilder, aber die Gesichter der Leute sind prinzipiell anonymisiert, also da nicht zuordnenbar. Ja, ein kontroverses Thema, hat auch für viel Diskussionen gesorgt. Es gibt eine Schulfassung, die ein bisschen zensierter ist, wo der explizite Content dann auch nochmal anonymisiert wird. Aber ein Film, den ich wahnsinnig beeindruckend fand. Soll ich vielleicht gleich mal mit einem zweiten Film noch anschließen? Gerne, ja. Also nehme ich Volontier, den fand ich auch relativ beeindruckend. Das ist eine schweizerische Produktion und zeigt, finde ich, ein Thema auf, was jetzt im Lockdown oder in der Corona-Zeit auch wieder stärker in Vergessenheit geraten ist. Nämlich die sogenannte Flüchtlingskrise und Volontier, also vielleicht übersetzt sowas wie Freiwillige oder freiwillig. Da geht es um den Einsatz von Privatleuten im Grunde zur Zeit der Flüchtlingskrise in Griechenland. Und es werden Leute porträtiert, die wir jetzt nicht kennen, sei denn man ist sehr mit dem Schweizer System vertraut, wie sie einfach vor Ort in Griechenland, ich glaube, erst beginnt das in Lesbos anpacken und vor Ort helfen. Und es ist ein Film, den ich sehr interessant finde, weil es gibt eine Menge Dokumentationen zu dem Thema, aber eine Dokumentation darüber, die wirklich zeigt, wie wichtig einfach soziales Engagement oder einfach zivilgesellschaftliches Engagement war. Und die einfach auch zeigt, das waren Leute, die waren zufällig gerade in Griechenland und haben da Urlaub gemacht und haben auf dem Rückweg in Athen einfach gemerkt, wie die Leute in Massen auf der Straße übernachtet haben und haben dann angepackt. Und ich glaube, der Film zeigt sehr schön, doch auch wie viel Engagement es gab und die Leute, die da porträtiert werden, die haben natürlich mehr geleistet als andere. Aber ich finde, das ist da ein sehr schöner Film, der die Schwierigkeiten aufzeigt von sozialem Engagement, also dass zu manchen Zeiten dann plötzlich die Küste voll mit Leuten war und man überhaupt nicht wusste, wo man angreift. Wo man dann aber auch schnell gemerkt hat, na gut, nachts war das dann anders und dann stand plötzlich keiner mehr da. Also ein Film, den ich auch sehr beeindruckend fand und der, denke ich, nochmal auf ein wichtiges Thema auch aufmerksam gemacht hat und der hier natürlich wunderbar funktioniert, weil man immer einen Schwenk hat zwischen Schweizer Alpenlandschaft und dann halt diesem elendigen Leben, was man da einfach gezeigt kriegt, wo man einfach Menschenketten bilden muss, um Kinder aus Booten rauszuheben und so. Auch hier wieder, muss ich sagen, sehr explizite Bilder, wo ich mich gefragt habe, das sind auch Bilder, die würden wir so häufig nicht zeigen, wo man dann auch immer wirklich sich doch die Frage stellen muss, was darf ein Film zeigen, was soll ein Film zeigen. Aber es war auch ein Film, der mich sehr bewegt hat, wo ich gedacht habe, toll, dass sowas auf diesen Festivals A läuft und zum anderen, wo man dann doch hoffen würde, dass das zumindest im öffentlichen Rundfunk hier dann oder im öffentlichen Fernsehen irgendwie auch zu guten Sendezeiten gezeigt wird. Weil es einfach Filme sind, die, finde ich, wichtig sind, wo ich mich freuen würde, wenn sie viele Leute sehen könnten. Ja, dafür sind ja gerade solche Festivals eben noch gut, dass hier der Filmemacher erstmal unbeeindruckt von Zahlen, von Klickwerten, von irgendwas einfach sein Werk präsentieren kann und oftmals halt eben auch ungeschönt und eben auch nicht runtergedrosselt, weil hier keiner den Anspruch hat, das ist jetzt schon hergestellt für diesen Sender oder für dieses Feuilleton oder, oder, oder. Also ich denke schon, gerade diese beiden Beispiele, die du da gebracht hast, die zeigen halt einfach ein bisschen Schonungslosigkeit, weil wir das halt ab und zu ganz gut mal brauchen könnten. Ja, und ich fand auch, wenn ich vielleicht noch einen Nachtrag zu dem Film sagen darf, was mich bewegt hat hier, war auch, dass es im Grunde, das waren sehr professionelle Aufnahmen, aber es waren halt so Privataufnahmen auch, die hier zu einem gesamten Bild gemacht wurden. Und ich fand, der Film hat es sehr gut geschafft, jetzt nicht zu sehr einen Aktionismus zu zeigen, dass man eine gewisse politische Einstellung braucht oder so, sondern der wirklich anhand toller Charakterdarstellungen gezeigt hat, dass ganz unterschiedliche Leute sich engagieren und natürlich die auch überwiegend alle in ihr normales Leben zurückkommen. Und immer diese Frage, ja, diese Selbstkonfrontation sich stellen, was mache ich eigentlich gerade, die aber auch gezeigt haben, dass Hilfe eben kein Selbstläufer ist, sondern dass du, wenn du zum Beispiel Lebensmittel verteilst, dann plötzlich das Problem hast, dass alle um Lebensmittel kämpfen und einfach nie genug da ist. Und diese Frage, wem helfe ich und wie helfe ich, einfach überhaupt nicht einfach zu beantworten ist. Was mir der Film nochmal gezeigt hat, wie wichtig einfach dieses zivilgesellschaftliche Engagement ist und ich glaube, das ist häufig vielleicht auch in der Debatte oder wenn ich mir andere Filme angeguckt habe, gar nicht so deutlich geworden, dass einfach staatliche Organisationsstrukturen da auch versagen und häufig auch Parlamente zum Beispiel einfach schlicht zu langsam waren oder auch einfach zu wenig Aufmerksamkeit draufgelegt haben. Und das macht der Film, finde ich, sehr, sehr gut. Also das hat mich sehr angesprochen auch. Schön. Sehr gut. Ja, dann mache ich jetzt mal einen kleinen Kurzfilm und ich gebe mir allergrößte Mühe, den Namen des Regisseurs richtig auszusprechen. Das ist aber schwierig, weil das ein indischer Name ist. Yaya Krishnan Subramanian und Franziska Schönenberger haben einen Kurzfilm gemacht. Der geht 19 Minuten und heißt My Mirror und wir sehen eine junge Inderin, die mit ihren Gesangsvideos in einer interaktiven App von einem User und von anderen Usern plötzlich eine Aufmerksamkeit bekommt, die ihr Mann ihr nicht geben kann. Sie mussten sich wegen der Arbeit trennen. Ihr Mann hat gesagt, ich bin nach sechs Monaten wieder da und wir erleben die beiden in einer Phase, wo es also über ein Jahr her ist und sie quasi ihr Leben fristet, während er im Ausland ist und arbeitet und das Geld verdient. Und sie versucht, sie einfach die Zeit zu vertreiben. Sie hat halt wie wir alle ein Handy. Sie hat eine App. Sie probiert sie aus und kriegt plötzlich, wird sie geliked. Sie tanzt ein bisschen zu Musik. Sie macht nichts Anrüchiges. Da ist auch kein, das ist nicht sexy, gar nichts, sondern sie ist einfach eine hübsche junge Inderin, die sich ein bisschen modern anzieht und dann in dieser App und ihr Mann bekommt das mit und wir sehen dann oftmals die beiden miteinander telefonieren und zwar in diesem Splitscreen-Verfahren, wie man es jetzt ab und zu auch schon mal in den Filmen gesehen hat. Also wir sehen sie quasi wie die Kamera, also wie sie auf seinem Bildschirm wäre und vice versa. Manchmal sieht man halt eben auch, wie sie sich Texte schreiben. Und der Mann ist sehr, sehr rabiat und sehr, sehr besitzergreifend, denn schließlich ist das seine Frau. Und in diesen 19 Minuten sehen wir halt, wie diese junge Frau auf der einen Seite hoch, ein Hoch erfährt, das sie noch nie kannte, weil Leute sie plötzlich schätzen und gleichzeitig aber auch so niedergemacht wird von ihrem Mann, bis das quasi in einer Tragödie enden muss. Kurzer Film, 19 Minuten, wie gesagt, aber ich fand den sehr gut. Also gerade, weil dafür sind solche Festivals auch toll. Der Film ist auf Indisch. Ich verspehe natürlich kein Wort. Es gibt tolle Untertitel dazu, aber allein die Intensität, wie die beiden am Telefon miteinander reden, in dieser mir komplett fremden Sprache, hat mich irgendwie in den Bann gezogen. Das war einfach Wahnsinn. Also ich fand den sehr schön. Ist, wie gesagt, ein kurzer Film. Hat jetzt die Stimmung auch nicht aufgehellt gerade, aber vielleicht hat Java da was. Zu dem Film? Nee, zum Stimmungsaufhängen. Ach so, einen anderen Film meinst du? Also, ja, also ich, erst mal hört sich das für mich ganz interessant an. Ich glaube, ich werde mir die auch nochmal anschauen, My Mirror, weil es auch ein aktuelles Thema ist. Also es hört ja nicht auf mit, auch Kinder in, also wenn ich mir das Bild anschaue, sie ist auch sehr jung. Ja, sie ist der Junge, er ist wirklich sehr, sehr aggressiv. Und wenn man sich vorstellt, wie, und das kennen wir ja aus den Medien, also auch wenn dir jemand nicht direkt gegenüber sitzt, was das Medium Telefon damit machen kann mit dir. Texte und Video Chats zum Beispiel und sowas. Wie hart das in dein Leben eingreifen kann, das ist wirklich schon heftig. Aber wenn ich, darf ich eine Rückfrage dazu stellen? Und zwar, ich finde das spannend, was du gesagt hast, auch diese Bedeutung der Apps. Also zum einen als, was, es ist zwar auf Indisch, aber letztlich natürlich ein Thema, mit dem wir alle völlig vertraut sind. Und ich finde tatsächlich auch spannend, ich weiß nicht, wie es euch geht oder ging, aber wie dieses, wie dieses, dieses, das, das kreative Potenzial von diesem Social Media immer stärker auch Einzug in die Filme selber findet. Also da fand ich spannend, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, auch zu diesem Splitscreen-Verfahren, also ob dich das überzeugt. Also, weil ich glaube, wir hatten ja in Filmen lange die Schwierigkeit, dass einfach dieses Leben, wie das die Digital Natives führen, gar nicht so leicht filmierisch darzustellen ist. Und ich weiß nicht, wie das dieser Kurzfilm geschafft hat oder auch sonst. Also ich, für mich macht das immer mehr aus bei den neuen Filmen, dass das wirklich immer besser in Form von Screencasts oder whatsoever einfach elementarer Bestandteil von Filmen wird. Ich weiß nicht, wie es euch auf dem Festival ging. Ja, also bei dem Film ist das tatsächlich so. Also es gibt, es gibt schon lang Filme, die dieses Splitscreen oder dieses Found-Footage-mäßige nochmal aufbereitet haben, sodass du die ganze Zeit denkst, du redest mit jemandem tatsächlich über einen Laptop, über ein Handy und sowas. Da fällt mir zum Beispiel der Thriller Searching von 2018 ein, der das sehr, sehr gut gemacht hat und sehr spannend. Es gibt auch eine ganz lustige Variante, die findet man in einer Staffel von der Comedy-Serie Modern Family, wo auch die ganze Folge auf einem Laptop quasi stattfindet. Und hier ist das halt eben auch so, dass wir, wir sehen die App, die sie benutzt, die hat Ähnlichkeiten mit einer sehr bekannten App, die mit TT geschrieben wird. Und die Leute liken das halt und du siehst sie aufblühen, sie macht sich dann immer hübscher, immer hübscher. Und wenn sie dann mit ihrem Mann telefoniert, sitzt sie da auch ganz gerade und ihr Mann wird unten rechts für uns eingeblendet. Und das ist halt quasi so, also mir kam das so vor, sie ist quasi die Hauptperson, deswegen der Bildschirm wird von ihr eingenommen. Wir sehen also ihr Kamerabild ganz groß und der Mann, der immer lauter und immer, immer unruhiger wird, ist immer unten rechts am Bildrand, sodass du ihn nicht ignorieren kannst, weil der, weißt du, du hast immer durch seine Art und seine aggressive Sprechweise immer das Gefühl, der ploppt jetzt gleich hoch. Ich fand das hier super eingesetzt. Ob das einen ganzen Film so getragen hätte, weiß ich natürlich nicht, das ist auch immer schwer zu sagen. Aber hier hat das genau den Effekt gehabt, den es haben sollte. Ich will auch nicht zu viel von dem Film verraten, weil in den 19 Minuten, wenn ich jetzt noch zwei, drei Sachen sage, die da kamen, dann gebe ich quasi alles dahin. Und ich hätte schon ganz gerne, dass ihr ihn euch dann anguckt. Ja, also vielleicht schließe ich da gleich mal an, weil ich habe den Film gesehen, The Story of the Painting. Und um die Frage auch zu beantworten, da wird, ohne jetzt diese ganze Geschichte umzuwerten, aber es taucht eben auch das Handy auf, das mit einem sprechen kann. Und also wie Alexa oder andere Applikationen, ja, kam es eben auch zum Einsatz. Aber der Film, der geht eigentlich um die Suche eines Bildes, wie der Titel auch schon sagt, und spielt in Tschetschenien und thematisiert eigentlich diesen tschetschenischen Bürgerkrieg und wie die Leute damit umgegangen sind. Am Anfang startet er eben auch mit so Ruinenbildern und Feuer und mit partitischen Sätzen. Man muss sagen, der Film ist in Russisch mit Untertiteln und die Regie hat Russland Magomarov gemacht. Wurde auch in Russland gedreht 2020. Und es geht eigentlich um zwei junge Männer, die sich wieder treffen, nach 20 Jahren getrennt sein, weil der eine eben während des Krieges mit seiner Mutter nach Frankreich gegangen ist und der andere ist dort geblieben. Und es wird thematisiert, wie eben das Leben aussehen kann, wenn man gen Westen geht oder wenn man eben in Tschetschenien bleibt oder in seinem Heimatort bleibt. Und es ist eine sehr schöne Geschichte, weil der eine auch krank ist und es geht auch hier wieder um Gemeinsamkeit, um Freundschaft und natürlich immer um diese Frage des Bildes. Wo ist dieses Bild, was vor 20 Jahren die Jungs geschenkt bekommen haben und er noch irgendwo sein muss, weil der Franz, der in Frankreich gelebt hat, der ist eben auch Künstler und der sollte eben zum Millionär werden, wenn er dieses Bild hat. Und das ist eine sehr schöne Geschichte, in der es um Freundschaft geht. Es werden auch sehr schöne Bilder gezeigt, natürlich auch immer mit so einem bitteren Beigeschmack, weil man sieht auch viele Ruinen und man sieht, was der Krieg so angerichtet hat. Aber also mir hat der Film sehr gut gefallen. Der ging 77 Minuten und hatte auch sehr schöne Aufnahmen und hat sogar auch humoristische Züge, das mir auch sehr gut gefallen hat. Hat denn jemand von euch gesehen? Nee, ich auch nicht. Also es ist auf jeden Fall wert, sich anzuschauen, denn bis zum Ende erfährt man eigentlich nicht, wo dieses Bild ist und es wird natürlich aufgelöst am Ende, aber diese Reise, also die beiden Jungs führen halt so eine Reise durch an die Orte, wo sie ihre Kindheit verbracht haben und dadurch werden auch Erinnerungen hochgeweckt und sie treffen sogar auf Leute, die sie aus der Kindheit kennen. Also es ist ein sehr schöner Film, der Tchetschenien zum Thema hat. Okay, schön. Dann Matthias? Ja, ich finde, man merkt bei unserer Besprechung, wenn ich das zwischenschieben darf, ganz schön auch nochmal, was man ein bisschen bei digitalen Filmfestivals dann doch vermisst. Also ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, aber sonst, man guckt ja auf Filmfestivals Filme und geht hinterher raus und unterhält sich und man fragt, was habt ihr geguckt und was lohnt sich sozusagen, auch welche Filme werden gehypt und das finde ich schon interessant, ist natürlich was, was komplett verloren geht, wenn man das wie wir jetzt alles online guckt. Dadurch kommt es jetzt auch, dass wir zum Teil einfach die Filme gegenseitig nicht gesehen haben oder ich finde auch, dass es mir zum Teil schwer fiel, einen guten Gesamtüberblick über so ein Festival zu haben, wo doch so viele Filme liefen. Aber ich würde vielleicht noch einen Dokumentarfilm mit ins Spiel bringen, den ich gesehen habe und zwar, welchen nehme ich? Ausgang offen, den finde ich ganz spannend, weil es eine ganz andere Art der Dokumentation war als das, was ich davor gezeigt habe. Der Film heißt Ausgang offen, geschrieben Ausgang Doppelpunkt offen und der Untertitel ist ein Film über den Tod und das Sterben und das sagt schon, worum es geht. Ein Film über den Tod und das Sterben ist ja relativ konkret in der Ansage, es ist ein Film, der gemacht wurde von einem Kunstkollektiv, nämlich dem Wiener Kunstkollektiv Darum und in Zusammenarbeit mit WUK Performing Arts und WUK steht für diejenigen, die das nicht kennen, ist in Wien das Werkstätten- und Kulturhaus und warum ich das ein bisschen ausführlicher erzähle, weil das relativ wichtig ist, das war als Performance geplant. Das heißt, eigentlich sollte die Eröffnung im April sein und man sollte eine Installation einzeln begehen, wo man eben mit Fragen von Tod und Sterben konfrontiert wurde. Und ihr kennt das alle, April 2020, da war es schwierig mit, mit, ja, Dinge zu besuchen. Das heißt, das konnte man so nicht durchführen und dann war die Frage, was macht man? Und dann hat man sich entschieden, einen Film zu machen. Regie haben dann geführt Laura Andres, Viktoria Halper und Kai Krösche und haben versucht, einen Film zu machen, der diese Erfahrung, dass ich durch Räume gehe und mit dem Tod und dem Sterben konfrontiert werde, nachempfinden lässt. Also es ist so eine, ich gehe da aus so einer Ego-Perspektive durch und gehe von Raum zu Raum. Und auch hier wieder ein Thema, wo man fast sagen könnte, klar, ist tabuisiert, man beschäftigt sich gesellschaftlich nicht so viel mit Tod und Sterben. Und der Film macht das halt anhand verschiedener Räume. Also es gibt, man spricht mal mit einer Bestatterin oder mit einer Person, die Nahtoderfahrungen gemacht hat. Und auch hier, die Künstlerinnen und Künstler haben vorher recht viele Interviews geführt, die dann sozusagen den Text, auch das Textprotokoll manchmal liefern. Manche der Interviewpartnerinnen spielen auch selber wohl im Film mit. Das konnte ich jetzt nicht so auseinanderklamüsern, wer da, wer ist. Aber ich glaube, das ist auch ganz interessant. Das ist ja auch nichts Neues. Aber diese Verwischung aus Dokumentation und Spielfilm ist auch hier an verschiedenen Stellen natürlich sehr ineinander übergehend. Und der Film, man merkt ihm dieses experimentelle Design an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir sehr, sehr gut vorstellen können, wie ich alleine von Raum zu Raum gehe. Und mich hat das so nicht mitgenommen. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich es auf dem Laptop gesehen habe. Die FilmemacherInnen empfehlen einem, dass man möglichst halt einen großen Bildschirm haben soll, dass man Raumton braucht. Ich habe das erst hinterher gelesen. Ich hätte es hier auch nicht gehabt. Aber das hat mir eingeleuchtet. Und ich glaube, ja, ich glaube, für mich hat man da gemerkt, dass einfach es ein Unterschied ist, ob ich eine Person hinterherlaufe, wie das in dem Film umgesetzt wurde, oder ob ich mich mit meinem Körper dem wirklich aussetze. Da habe ich immer gedacht, ach, eigentlich schade. Ich hätte das Ganze gerne im richtigen Raum erlebt. Ich fand trotzdem dafür, wenn man die Geschichte ein bisschen kennt, dass das dann kurzfristig so umgesetzt wurde, ein interessanter Versuch. Also auch was, was sich gelohnt hat. Ich musste auch nachdenken. Was ich ganz witzig fand, also es war so ein bisschen, man hat halt, ja, man hat frontal aus dem Leben anderer Leute erfahren. Und es hatte dann insgesamt so ein bisschen was vom Exit Room, wenn ihr euch das vorstellen könntet. Also ich gehe in so ein Bürogebäude rein, werde dann da durchgeschleust von Raum zu Raum und muss am Ende irgendwie rauskommen. Und diese, in Anführungsstrichen, schon fast Metapher des Exit Rooms hat mir da gefallen, weil das natürlich auch zum Thema ganz gut gepasst hat. Aber darf ich kurz was dazwischen fragen? Also die Teilnehmer, die waren auf sich selber gestellt und mussten den Ausgang tatsächlich suchen? Oder wurden die da durchgeleitet? Also ich will es nicht komplett spoilern, aber du gehst als Einzelperson rein. Also der Film ist im Grunde so gemacht, dass du als Betrachterin das Gefühl haben sollst, du gehst durch die Räume. Also man hat zwar eine Person genommen, aber das ist, das heißt, ich habe immer diese Perspektive, als würde ich die Leute angucken. Und in jedem Raum erwartet dich, in Anführungsstrichen, dann eine Person. Und du wirst schon durchgeschleust. Also du wirst abgeholt wie von einer Rezeptionsperson. Und dann musst du immer weitergehen und es leuchten grüne Lampen, die dich durchleiten. Also es ist tatsächlich, du wirst so durchgelotst. Und es wird letztlich, wie das bei dem Thema naheliegt, natürlich, es geht ganz oft um Grenze und Grenzerfahrungen. Und bei mir war da halt ein bisschen das Problem, würde mich interessieren, wenn es andere Leute sehen, dass diese Grenze einfach, glaube ich, das war das, was ich meinte, stärker ist, wenn ich selber in den Räumen sein muss und mich dem aussetze. Weil wenn ich einfach vor einem Bildschirm sitze, ich kann jederzeit weggucken. Also ich finde, da war für mich zumindest einfach eine ständige Distanz dann doch irgendwie da, die es mir leicht gemacht hat, mich aus dieser Geschichte rauszuziehen. Und man hat halt gemerkt, die haben viel versucht, so mit Dunkelheit zu spielen oder mit fast schon stroboskoplichtartigen Effekten und so. Und das ist natürlich was, wenn ich da mit meinem eigenen Körper vor Ort bin, glaube ich, hätte mich das mehr beeindruckt. Ja. Ja, interessant. Also du hast dir, ich weiß gar nicht, hast du das eigentlich gesteuert gemacht? Du hast dir zwei unangenehme Dokumentationen angesehen und hier eine, die auch so ein bisschen fordernd ist, wenn auch auf einem anderen Level. War das Zufall? Das ist eine gute Frage. Also ich hatte ja, es gab sehr viele Filme und ich musste eine Auswahl treffen. Und ich glaube, Zufall gibt es da in dem Sinne nicht. Zufall wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich nehme einen mit A, einen mit F und einen mit K. Ja. Ich, was ich zu Beginn schon meinte, ich habe mir, glaube ich, diesen Faden, der sich durchgespielt hat, war, dass es immer irgendwie dann doch um existenzielle Fragen ging. Wobei ich da auch sagen muss, das fand ich war bei dem Film, bei dem Programm diesmal auch ein sehr dominanter Faden. Also das ist relativ wenig meiner Ansicht nach, um jetzt zum Beispiel, das hätte man ja auch machen können, historische Persönlichkeiten gingen, dass ich irgendwelche MalerInnen porträtiert hätte oder so. Das waren für mich Themen, die mich interessiert hatten. Und ich hatte ein bisschen versucht, das kommt nachher noch, wenn ich mir den letzten Film angucke, halt auch sehr unterschiedliche Ansätze zu verfolgen. Also ich glaube, das, was ich hier jetzt meinte, das ist halt schon ein Film, der, glaube ich, eher ein experimentelles Publikum auch ansprechen würde. Ich glaube, dass da sehr viele Leute abschalten würden, die jetzt zum Beispiel bei diesem Volontierfilm, der dann auch vom Schweizer Fernsehen mitfinanziert wurde, einfach, das war hier eine ganz andere Machart. Also es ist durchaus anstrengend, den Film zu gucken, sage ich mal, diesen Ausgang-offen-Film. Okay, schön. Ganz, ganz unterschiedlich. Komme ich mal zu einem von mir, der ein bisschen klassischer daherkommt. Der heißt Zu den Sternen, ist von Nikolai Tegeler. Er ist meines Wissens seine erste Regiearbeit. Er ist normalerweise Schauspieler im deutschen Fernsehen. Und die Geschichte zeigt zwei Männer, die in ihrer Jugend beste Freunde waren und zusammen in einer DDR-Rockband gespielt haben, die damals die Kosmonauten hießen. Und Jahrzehnte nach dem Fall der Berliner Mauer hat der Sänger Marco Hoffmann den Höhepunkt seiner Popularität erreicht. Er singt mittlerweile gefällige Popsongs auf Deutsch. Und er kriegt aus heiterem Himmel eine Nachricht von seinem ehemaligen Bandmitglied, eben seinem guten Freund Wolle, Volker Hinze. Und der soll ihn doch mal besuchen. Dazu geht er abends in einen Berliner Musikladen. Und die beiden treffen nach 20 Jahren oder sowas aufeinander, wussten, also der Volker lebt in Berlin. Das war dem Marco aber gar nicht bekannt. Und aus heiterem Himmel beschuldigt der Volker ihn, dass er ein IM war, ein Spitzel der Stasi, der dafür gesorgt hat, dass Volker halt bei einem Fluchtversuch gefangen wurde. Das heißt, wir haben hier so ein typisches Kammerspiel, kann man sagen. Der Film wird ausschließlich getragen von diesen beiden Schauspielern. Das ist einmal Günter Barton, der den Marco Hoffmann spielt. Und einmal der großartige Florian Martins, der den Volker Hinze spielt, Florian Martins. Ich finde den, der Typ ist der Hammer. Alleine seine Stimme zu hören, finde ich großartig. Das Ganze ist in diesem dunklen, schummrigen Musikladen. Und wir sehen halt, wie die beiden quasi, der eine beteuert seine Unschuld, der andere sagt, ja, aber du warst es doch. Und ich habe hier folgende Beweise. Und es ist wie so ein Katze-und-Maus-Spiel, bis nachher der Endclou so perfide und so plötzlich kommt, dass ihr den nicht erwartet. Und bei nur 73 Minuten Laufzeit ist ja auch wirklich keine einzige Sekunde Länge da irgendwie drin. Also es ist wirklich, wirklich ein toller Film. Und im Klappentext steht hier noch, das Verschwörungstreffen der damaligen Blutsbrüder wird zu einem Streit über Leben und Tod. Und das ist tatsächlich so. Und es ist wirklich gut gemacht. Also ich war hier sehr gut unterhalten. Also Nikolai Tegeler, der Film zu den Sternen. Okay, da kann ich vielleicht auch gleich nochmal anschließen, weil ich habe auch noch zwei sehr tolle Filme gesehen. Eine Doku, Aware, die will ich noch nicht erzählen, sondern ich will über Baby Bitchka erzählen. Das ist ein Film, der spielt in Berlin. Es geht um zwei Leute. Ein Mädchen ist 23 Jahre alt und Alex ist 60 Jahre alt. Und die treffen aufeinander. Und der Film zeigt auch so den existenziellen Kampf. Beide trinken sehr viel, um zu vergessen. Und der Film ist einfach wunderbar geschnitten. Also ist sehr fragmentarisch und hat eine extreme Dynamik. Und auch wie die miteinander umgehen, ist auf jeden Fall mitreißend. Es eskaliert am Ende auch. Und es wird dann, also die heiraten sogar. Aber am Ende ist es dann eben so eine Art Trip aus Selbsthass und Verzweiflung, weil sie so viel trinken, dass sie all ihre Verzweiflung auch mal aussprechen. Aber wirklich, wirklich sehenswerter Film. Also die beiden Personen werden gespielt von Romina Küper und Michael Thomas. Und die Regie hat gemacht Anna-Maria Rosnowska. Er geht 60 Minuten, 62 Minuten. Und also ich war totaler Fan von der Kamera und von dem Schnitt. Also wirklich Hut ab dem Kameramann. Malte Siepen. Sehr schön. Baby Bitchka, alles klar. Habe ich mir auch schon notiert. Gut, dein Finalfilm, Matthias, deine Final-Doku. Meine Final-Doku war Wutt, also Holz. Österreichische Produktion, Regie haben geführt Monika Lazurean-Gorgan, Michaela Kirst und Ebba Sinzinger. Und der Film geht, wie der Name sagt, um Holz. Ich habe mir kürzlich selbst einen Schreibtisch zusammengebaut. Da war ich auch auf der Suche. Und deswegen fand ich das gerade ganz spannend, weil es geht um die Frage, wo kommt denn unser Holz her? Und der Film, also auch eine Doku, wie ich gesagt habe, der Film zeigt halt auf, dass Holz häufig eben illegal gerodet wird und begibt sich nach Sibirien. Ganz viel des Films spielt in Rumänien, aber auch nach Peru und zeigt die Folgen dieser illegalen Holzrodungen auf. Und wer davon eigentlich profitiert. Also es geht um Milliarden. Und die Lastenträger sind halt auf der einen Seite die Tiere, wie zum Beispiel der sibirische Tiger, der sein Lebenshabitat verliert, aber auch indigene Gemeinschaften, was am Beispiel von Peru gezeigt wird. Oder halt, und da geht es in dem Film überwiegend drum, am Beispiel Rumänien, wie einfach in korrupten Regimen quasi, ja, Rohstoffe ausgebeutet werden. Und der Film zeigt die Arbeit auch wieder von einer NGO auf, nämlich der EIA, Environmental Investigation Agency. Und ganz interessant, ich hatte davon wirklich noch nie gehört. Das war für mich so ein Thema, was ich wirklich auch nicht so auf dem Plan hatte. Und der Film macht das ein bisschen fast schon im Sinne von einem Superagenten-Film. Also er zeichnet den Chef des Büros in Washington nach, wie er dann wirklich undercover sozusagen versucht, diese Dinge aufzubrechen. Und zeigt dann auch, wie der seine Haarfarbe ändert und wie er sich verstellt. Und das ist streckenweise wirklich fast schon so Spionage-Thriller-mäßig witzig. Aber ist es natürlich, wenn man jetzt sich die Geschichte dann anguckt, überhaupt nicht. Weil man einfach auch merkt, welchen Gefahren sich Leute aussetzen. Also wenn du dann da Leuten das Geschäft vermiest. Und ja, es ist die Frage, wem gehört der Wald? Was wird mit sowas gemacht? Und wie verändert man das? Und auch hier, mich hat bei dem Film tatsächlich ein bisschen die Machart manchmal fast schon gestört, weil ich es wirklich ein bisschen so Spionage-Thriller-mäßig fand. Was mir nicht so gefallen hat, auch eine der Hauptfiguren, das wird immer herausgestrichen, wenn man sich das im Internet durchliest, ist Alexander von Bismarck. Und ich zitiere jetzt aus den Ankündigungen des Filmes. Ururgroßen Neffe des eisernen Kanzlers, der irgendwie als, also der beim Militär in den Staaten gewesen ist. Und so. Und das wird schon, finde ich, ausgekostet, wo man sich fragen muss, ob das jetzt für den Film so zentral ist. Nichtsdestotrotz, wahnsinnig beeindruckende Persönlichkeiten, ein wahnsinnig interessanter Kampf, weil man auch wirklich sagen muss, es ist ein wichtiges Thema, was nicht so in der Öffentlichkeit steht. Genau. Und nochmal eine ganz andere auch Art der Machart, wie ich das schon meinte, weil man hier schon, meiner Ansicht nach, der Film, der geht eher in Richtung, ich mache einen Kampagnenfilm. Also ich versuche auf dieses Problem hinzuweisen und ich erzähle da eine Geschichte, um Aufmerksamkeit für das Thema zu kriegen, was ich jetzt bei allen anderen drei Dokumentationen, wurde das einfach, wurde das anders gelöst. Also es scheint wirklich, die Geschichte finde ich super spannend, also dass der Holzmarkt auch Mafia-ähnliche Strukturen hat, das war mir schon bekannt. Und man muss sich halt immer die Frage stellen, und das müssen wir bei so vielen Dingen, es ist immer besser, wenn es der billigste Preis ist oder verstehen wir die Preispolitik dahinter und würden wir dann immer noch alles einfach kaufen, so wie wir es jetzt tun. Absolut. Auf jeden Fall wichtig. Und das zeigt genau, wie du gesagt hast, zeigt der Film halt auch schön auf, dass es auch ums Private geht, ums eigene Konsumverhalten. Also er zeigt sehr schön diese globalen Vernetzungen auf, wie der billigste Holzsupermarkt in den Staaten das Zeug quasi wahnsinnig billig aufkauft, wie es in Sibirien illegal gerodet wird, dann nach China transportiert wird und da veredelt wird und dann in den Staaten im Supermarkt, also Supermarkt in Anführungsstrichen landet. Das zeigt der Film wieder schön auf und auch der Film schafft es, das relativ ohne zu moralisieren zu tun. Also weil die Frage ist ja schon, wie verändere ich was? Und da zeigt der Film zum Teil, zum Beispiel um ein Beispiel zu nennen, wie man irgendwie durch eine App relativ einfach, am Beispiel indigener Gemeinschaften in Peru, versuchen kann, einfach Kontrolle über den Wald zurück zu erlangen, indem man halt einfach weiß, welcher Baum wo steht und wie das mit dem Transport organisiert werden kann. Das zeigt der Film. Aber der Film zeigt halt auch, was ich schon meinte und das schockiert einen dann doch schon immer wieder, auch wie einflussreich einfach da diese Lobbyisten sind und auch wieder wirklich vor Gewalt einfach nicht zurückgeschreckt wird. Also das ist an einigen Stellen wahnsinnig deutlich. Genau. Ja, leider so oft in unserer Gesellschaft. Ja, Janine, hast du noch was? Ja, mein letzter Film ist mein Kleinod sozusagen. Mit dem habe ich angefangen, das Festival. Aware, Reise in das Bewusstsein, das ist eine fantastische Doku über die Frage, was ist Bewusstsein? Und der Film startet mit auch brillanten Bildern, Natur, Gewalten, Ozeane, Fische. Also man wird so richtig mitgenommen. Und dieses Wasser, das taucht immer wieder während der ganzen Dokumentation, während der ganzen Zeit auf. Am Ende versteht man dann auch, warum. Auf jeden Fall, dieser Film begleitet sechs Forscher auf der Frage oder auf der Suche nach der Antwort, was das Bewusstsein ist. Da ist zum Beispiel eine Biologin dabei, die aber nach bestimmten Erlebnissen sich den Pflanzen zugewendet hat und erforscht, wie die miteinander kommunizieren beziehungsweise erforscht sie, so hat sie es auch genannt, die biologische Intelligenz im Gegensatz zur Artificial Intelligence. Dann gibt es einen Wissenschaftler, der untersucht Psychedelics, also den Effekt von Psychedelics schon seit 40 Jahren. Und es werden dann so Erfahrungen von seinen Probanden beschrieben. Und es kommen auch Probanden zu Wort. Auf jeden Fall wird diese Frage von unterschiedlichen Perspektiven bearbeitet. Und immer wieder tauchen diese großen Bilder von dem Wasser, von dem Ozean auf. Und man wird so mitgerissen mit dieser Frage, die man sich ja selber auch stellt, was ein Bewusstsein ist. Und es kommt zum Beispiel auch Buddhisten vor oder eine Maya-Heilerin, die eben auch ihre Perspektive, eben was das Bewusstsein ist und wie wir alle miteinander verbunden sind und welche Techniken sie eben benutzen, um dieser Fragestellung oder dieser Antwort dieser Fragestellung näher zu kommen und auch diese Verbundenheit zu Natur zu erfahren. Also das haben eigentlich alle gleichermaßen benannt, dass Bewusstsein eigentlich eine Erfahrung bedeutet. Und ich finde, dieser Film lädt ein, da doch tiefer einzusteigen. Ich würde mir den ein bisschen gleich noch mal anschauen, um eben so bestimmte Gedankengänge auch noch stärker und besser nachvollziehen zu können beziehungsweise vielleicht auch in das eine oder andere Themenfeld einzusteigen. Also ich finde wirklich, wenn sich jemand für Psychologiebewusstsein und Forschung interessiert, dann ist das ein Muss, der eben mit besonderen Bildern und auch mit so einer Ruhe, mit so einem ganz langsamen Schnitt wirklich den Zuschauer einlädt, da mal einzutauchen in eine ganze andere Art der Denkweise. Der Film läuft 102 Minuten und die Regie hat Frauke Sandig und Eric Black gemacht oder Black, wie man es, ich glaube, er ist doch englisch oder amerikanisch, Eric Black. Genau, auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Klingt sehr interessant und ich kann mich auch daran erinnern, dass als wir gesagt bekommen haben, dass wir den Zugriff bekommen für die ganzen Filme dieses Festivals, dass da einige in unserer Gruppe geschrieben haben, A Wear wäre ein Highlight. Also wo auch immer die das wussten, du bestätigst das ja jetzt hier gerade. Ja, es ist auf jeden Fall mein Highlight gewesen. Und auch so schön, ich habe damit angefangen und habe sogar auch den Tag gestartet. Also das nimmt einen mit, auch über den Tag hinaus. Also ich werde da auf jeden Fall noch mal ein bisschen reingehen thematisch. Ja, sehr schön. Dabei würde ich es dann auch ganz gerne belassen. Ich habe, wie gesagt, ich habe noch so ein, zwei Kurzfilme gesehen. Die waren alle okay, die waren jetzt nicht spektakulär. Und dein letzter Titel scheint mir auch der richtige zu sein, um hier den Schlussstrich zu ziehen. Wie gesagt, unter der Adresse der Hofer Filmtage, also hofer-filmtage.com, könnt ihr noch bis zum 1.11. alle Filme, die wir besprochen haben und noch 120 andere euch ansehen. Die Tickets kosten einzeln so um die 6 Euro, aber es gibt halt eben auch so 5er, 6er, 7er Tickets. Die sind dann alle günstiger. Man kann sich sicherlich das ein oder andere Highlight raussuchen. Und wir hoffen, dass wir einen kleinen Überblick geben konnten. Fürs Komplettpaket hört euch auch den anderen Podcast an. Hier beim Tele-Stammtisch sind wir immer darauf angewiesen, dass ihr auch mit uns kommuniziert. Also es wäre super, wenn ihr am Ende vielleicht ein Like da lasst oder einen Kommentar. Ihr könnt auch gerne bei uns mitmachen. Meldet euch einfach bei uns. Wir suchen immer neue Redakteure, die Lust haben, mit uns unser Team einfach zu vergrößern und tolle Filme, Serien und Dokumentation zu gucken. Matthias, ich danke dir für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön. Java, wie immer, ein Hochgenuss. Ebenso, Dito. Okay, dann entlasse ich euch und sage danke und macht's gut. Tschüss. Ciao, tschüss. Applaus 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 Applaus